Jetzt sehen wir das Verfangensmusika-Blasorchester der Straßenbahn Schweden aus Malmö. Also praktisch die Ustra von Malmö hat auch ein Orchester. Dieses Blasorchester konnten sie, wenn sie dabei waren, am Freitag bei der Eröffnung, beziehungsweise beim Schützengottesdienst in der Marktkirche schon eine Runde. Flott, flott, flott. Ja, und das ist natürlich schön zu sehen gegen die Kälte. Die Samba-Percussion-Group Samba Cordo Brasil, das Herz Brasiliens. Das heizt uns hier ein bisschen ein, unter der Führung von Adison Kulak.